So, grüße euch. Ja, heute Morgen habe ich eine E-Mail vom Kika bekommen, relativ langer Text. Und darüber geht es dann im Hauptfilmchen, den ihr schauen könnt bei VK, bei Bicu, die sich den Trailer bei Wacomst TV aufrufen. Entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!